Ausgangspunkt ist dieser Screenshot aus einem Internetforum. Hier stellt ein Benutzer die Frage, welches Rezept sollte ich unbedingt mal kochen? Man kann natürlich stupide diesen Fehler benennen und sich über seinen Produzenten lustig machen. Interessanter und wissenschaftlicher ist es aber die Frage zu stellen, warum er überhaupt gemacht wurde. Also, warum wurde unbedingt hier mit M geschrieben? Die ziemlich naheliegende Antwort, weil wir es eben häufig genau so aussprechen, also tatsächlich unbedingt sagen. Ich würde mal behaupten, dass das in der alltäglichen Kommunikation die allermeisten machen. Es ist also in der gesprochenen Sprache ein ganz normaler Vorgang. Nur wenn man es verschriftlicht, gilt es natürlich als Fehler. Warum aber machen wir das? Warum sagen wir überhaupt unbedingt? Beide Laute, N und M, sind sogenannte Nasale. Die Luft entweicht über die Nase, wodurch sie sich ähnlich anhören und häufig miteinander verwechselt werden. Wie man hier sieht, hatte auch ich als Kind damit meine Probleme. Die beiden Laute unterscheiden sich allerdings in einem artikulatorischen Merkmal, nämlich im Ort der Artikulation. Wenn man ein N bildet, liegt die Zunge am Zahndamm, also direkt hinter den oberen Vorderzähnen. Man spricht auch von Alveolar. Das M wird hingegen bilabial gebildet, das heißt man verwendet dazu beide Lippen, wie auch bei B und P. Bei der Gegenüberstellung von unbedingt und unbedingt stellt man also fest, dass bei unbedingt der Artikulationsort wechselt. Das N wird wie gesagt Alveolar, das B bilabial gebildet. Anders ist das bei der Gegenüberstellung von M und B. Hier werden beide Laute bilabial gebildet. Folglich ist es einfacher, unbedingt zu sagen. Im Prinzip ist der Grund also Faulheit, so nach dem Motto, ach wenn ich jetzt sowieso gleich die Lippen aufeinanderlegen muss, kann ich ja gleich M statt N sagen, merkt ja eh keiner. Ein bisschen wissenschaftlicher ausgedrückt, sprechen wir von Sprachökonomie. Dieser Prozess kommt natürlich nicht nur bei unbedingt vor. Dieses Phänomen der Angleichung bestimmter phonologischer Merkmale zwischen benachbarten Lauten bezeichnet man als Assimilation. Davon sind nicht nur, aber häufig die nasalen Laute betroffen. Ein weiteres oft angeführtes Beispiel hierfür ist Senf, das eben meistens auch als Senf artikuliert wird. Man kann übrigens noch zwischen der Richtung der Assimilation unterscheiden. Bei Senf beeinflusst das F den vorangegangenen Laut. Man spricht von regressiver Assimilation. Das Gegenstück dazu ist die progressive Assimilation, die etwa bei 7 vorliegt. Hier verändert das B den nachfolgenden Laut. Auch in der Sprachgeschichte des Deutschen gibt es Beispiele für Assimilationen. So hatte das mittelhochdeutsche Wort für Lämmer noch ein B drin. Erst im Frühneuhochdeutschen wurde daraus schließlich Lämmer. Weil hier eine fällige Angleichung vorliegt, hier das B also komplett verschwindet, spricht man auch von einer totalen Assimilation, während die anderen Beispiele, die wir bislang hatten, nur partielle Assimilationen waren. So etwa auch bei Amboss, das früher, vor dem Assimilationsprozess, noch mit N gesprochen und natürlich auch geschrieben wurde. Eine Assimilation kann aber auch dann stattfinden, wenn die beiden Laute doch nicht ganz benachbart sind. So sind im Prinzip unsere Umlaute entstanden. Beispielsweise wurde das A in Althochdeutsch Gasti zum Ä, weil dies näher am I in der Folgesilbe lag. Dies bezeichnen wir als Fernassimilation, im Gegensatz zur üblichen Kontaktassimilation. Aber noch einmal zurück zum Anfang. Nun haben wir also die Falschreibung von unbedingt auf lautlicher Ebene erklärt. Das genannte Beispiel aus dem Forum ist natürlich kein Einzelfall. Eine Google-Suche für unbedingt liefert sehr viele Treffer. Wenn man sich im Vergleich dazu aber ähnliche Wörter anschaut, wie etwa unbeliebt und unbekannt, stellt man fest, dass diese beiden Schreibungen wesentlich weniger Treffer haben, auch in Relation zur richtigen Schreibung. Dieser große Unterschied weist darauf hin, dass mit diesen beiden Wörtern weniger Probleme bestehen, obwohl es ja natürlich auch hier zur Assimilation kommt. Was ist der Grund dafür? Das lässt sich nicht mehr auf lautlicher Ebene erklären. Meine These, das Präfix un wird in unbeliebt und unbekannt häufiger als solches erkannt. Es ist klar, dass die beiden Wörter antonyme zu beliebt bzw. bekannt sind. Bei unbedingt scheint das nicht der Fall zu sein. Hier wird die Verbindung zu bedingt oft nicht hergestellt. Das liegt wohl daran, dass unbedingt meist in einer etwas anderen Bedeutung verwendet wird. Es wird nur selten in der adjektivischen Bedeutung ohne Einschränkung uneingeschränkt bedingungslos gebraucht, sondern meistens als Adverb in der Bedeutung auf jeden Fall. So ja auch in unserem Beispielsatz. Hier könnte man unbedingt auch mit auf jeden Fall ersetzen. Wenn man also die häufige Falschreibung erklären will, sollte man auch die semantische Ebene unbedingt mit einbeziehen. Das ist ein bisschen mehr, wenn man auch die Falschreibung ist.